hallo zu einem weiteren wochenupdate video das letzte video ist leider schon zwei drei wochen her liegt einfach daran dass ich keinen content hatte den ich bringen kann mir geht es darum in den videos wenigstens etwas sinnvolles oder paar sinnvolle sachen zu sagen und nicht versuchen irgendwie aus dem letzten loch irgendwas rauszuziehen nur damit ein video gemacht ist und das wird auch in zukunft so weitergehen wenn ich der meinung bin okay für mich sind die wochenupdate videos sozusagen eine videoserie wo ich sachen zum stream sagen kann meine meinung vielleicht zu gewissen themen und halt verschiedene sachen die uns vielleicht in nächster zeit erwarten patches und so weiter und das immer schon beim wichtigsten punkt was wir seit heute wissen bzw wenn ihr das video am freitag anschaut am donnerstag war die ankündigung denn patch 9.1 kommt am 29 juni raus hat jetzt lange gedauert wenn man überlegt wann shadowlands rausgekommen ist war 9.1 hat echt auf sich warten lassen jetzt wissen wir über den termin und für uns das wichtigste für 9.1 ist natürlich wir können mit 9.1 berufe technisch weitermachen was mal das handwerks 3 und 4 angeht sowie die legendären items gehen weiter bis rang 5 rang 6 ich habe vor zwei wochen schon ein video gebracht noch von drei wie es mit den legendären items weitergeht dass wir wie mir rang 5 und 6 bauen können jetzt geht es darum dass blizzard ein paar änderungen gebracht hat und zwar was dieses rudiment der ursprünge angeht wir haben es da mal kurz ingame und zwar kaufen können wir das ganze ja bei der beim rüstmeister des vorstoßes vorstoßes des todes sozusagen die neue fraktion die wir da in kauf hier dann erspielen müssen erfarmen und da müssen wir ja wohlwollend sein damit wir diesen dieses rezept kaufen können dieses rezept ist folgendes und zwar nicht erlernt das rudiment der ursprünge das ist sozusagen unser optionales handwerks material damit wir aus einem rang 4 item legendären item ein rang 6 item machen können das ganze schaut so aus wir nehmen ein legendäres item in dem fall zum beispiel die arm schützer fügen das optionale reagent haben da oben rang 4 ich habe jetzt da nur rang 1 wenn wir rang 4 haben und wir legen dieses rudiment hinein dann bauen wir mit dem materialien des rang 4 items ein rang 6 item draus so die mechanik was aber jetzt der wichtigste punkt ist und zwar wenn wir uns dieses rudiment anschauen haben die ordentlich an diesen kaufit kristall gedreht der war vorhin war das bei allen berufen gleich auf 1 jetzt haben sie das überall auf 40 hoch gedreht und auch die materialien verändert ihr seht es da egal ob schneider schmied juve und lederer alle brauchen 40 von diesen kristallen auch die materialien sind gar nicht zu wenig stoff lichtlose seite und schleierstoff ist auch ordentlich also das ist auch hoch gegangen was aber jetzt glaube ich ein nadelöhr sein wird ist dass bis jetzt immer noch die einzige oder die einzige zugangsquellen oder die zugangsquellen für diese kristalle waren delis in dieser zone in kofia sowie von rares und von schätzen dieser in dieser zone versteckt sind noch nichts über irgendwelche dungeons oder sonstige oder über weekly ist es noch nicht so bekannt aber auf jeden fall jetzt war das damals schon mit einem stück hat man schon war man schon der meinung das wird ein ziemliches problem werden und wird teuer werden für leute weil man kann nämlich diese rudimente in oder nicht die rudimente sondern diese kristalle auch ins auktionshaus stellen ich habe mal einen reingestellt für 10 millionen gold bedeutet wir können das ganze im auktionshaus verkaufen wenn ihr wenn jetzt zum beispiel ein level rang 6er item produzieren wollte also das basis item dann brauchen wir 40 von diesen kristallen umgerechnet werden es 40 delis in dieser zone man kann sich jetzt mal ausrechnen für ein legendäres item am server wo da die reise hingeht wenn dann am release tag die ersten leute rang 5 items oder ich weiß nicht wann genau rang 5 möglich ist rang 6 wird wahrscheinlich dauern bis man die asche hat aber wir kennen es die leute wohl immer das maximum item kaufen rang 6 item und können es dann erst in einem monat oder in oder in zwei drei wochen erst nutzen in der schmiede uns soll es egal sein wir wollen ja einfach nur das item verkaufen aber dennoch brauchen wir enorm viel von diesem kristall und die bis jetzt die quelle ist sehr sehr gering dass wir an diese kristalle kommen bedeutet es könnte durchaus sein dass bis die leute wohlwollend sind also man muss mal überlegen der kristall ist am anfang für keinen die leute machen delis keiner hat so wirklich verwendung für diesen für diesen kristall denn man muss erstmal den ruf auf wohlwollend ballern sobald der erste wohlwollend ist und dann legendäre items rang 5 bauen kann was die leute ja durchaus kaufen werden dann wird der preis für diesen kristall wahrscheinlich nach oben schießen die frage ist jetzt angebot und nachfrage sind einfach zu viele leute am delis machen und pumpen des auktions hat voll mit diesem kristall oder ist es zu wenig das ist halt immer so die frage entweder man kann überlegen dass man vielleicht in dieser woche wo noch keiner oder in dieser zeit bis die ersten wohlwollend sind und die nachfrage nach diesem kristall noch nicht da ist ob man dort vielleicht diese kristalle kauft und wartet bis der neuen bis der boom kommt sobald die ersten legendären items rausgehen die ersten leute die bauen können und plötzlich der kristall nach oben schießt theoretisch kann natürlich sein kann natürlich aber auch in die andere richtung gehen das muss jeder für sich wissen lohnt es sich wo ist der punkt wo kauft man auf ist 10.000 gold für diesen kristall in ordnung wir rechnen es mal für ein ganzes legendäres item um das wären dann 400.000 gold nur für das rudiment ohne jetzt die materialien vom vom leder oder vom schneider ist 1000 gold die grenze ist schießt es vielleicht sogar hoch auf 5000 gold 20 oder auf 20.000 gold es kann keiner sagen was es aber wahrscheinlich ist wenn es bei 40 bleibt man es ist der ptr immer vorsicht des ptr placeholder wir wissen es aber spätestens wenn 9 1 kommt haben wir noch die zeit sozusagen bis die ersten leute legendäre items machen können weil sie den ruf brauchen kann man mal beobachten ist wirklich die einzige quelle rares schätze und diese dailies in der zone gold technisch lasst ihr natürlich auch allein mit dem mit den dailies dann was rausholen wenn ihr viele twinks habt die dann dailies diese zone machen und wir sagen mal es sind 10 es sind 10.000 gold für so ein für so ein kristall und ihr habt 10 twinks mit 10 dailies sind das 100.000 gold theoretisch an einem tag mit 10 charaktere also wenn ihr vielleicht twinks habt bereitet die schon mal vielleicht für 9 1 vor wenn ihr euch jetzt gerade langweilig ist wenn ihr gerade nichts mit bc macht einfach mal twinks jetzt vorbereiten hochleveln vorbereiten für die zone vielleicht kann sich das durchaus für kauf ja dann für euch lohnen soviel zu den legendären items dann den zweiten punkt den ich ansprechen will heute ist und zwar tsm ich habe das video auch schon rausgebracht an zwar am mittwoch oder am dienstag und zwar tsm hat jetzt eine neue version die 4.11 beta ich will jetzt gar nicht auf dieses video eingehen der link kommt in die beschreibung auch bei mir unten auf dem kanal findet ihr alles zum thema tsm 4.11 beta die ja jetzt endlich shadowlands items ready ist und sozusagen auch für 9 1 für die legendären items dann perfekt funktionieren müsste oder wird dann dritter punkt und wenn wir aufs datum schauen startet am montag des sonnwendfest ist auch eine ganz nette goldquelle nebenbei denn beim sonnwendfest auch der link kommt in die beschreibung ich habe das bei mir unter goldguides kalender events ich glaube nicht dass wieder was neues dazu kommt außer vielleicht ein ruhestein es gibt mehrere pets zu holen spielzeuge zu holen also der flammengrabbler der geht gern mal hoch bis 20 30.000 gold und unter dem jahr einfach diese brandblüten farmen besogen und dann könnt ihr euch dieses haustier holen so viel zum sonnwendfest was ab montag startet letzter punkt gewinnspiele dürfen natürlich nie fehlen aktuell habe ich auf der seite noch eine 60 tage spielzeitverlosung laufen unter gewinnspiel geht da auf gewinnspiel auf game time und seht da 12 tage noch und was anderes noch und zwar banini hat mir beziehungsweise euch zweimal zwei bücher sozusagen einmal das kochbuch plus das märchenbuch zur verfügung gestellt was unter euch verschenkt werden darf das ganze läuft so wir haben einmal auf der plattform geht könnt ihr da unter jetzt teilnehmen klicken und für dieses gewinnspiel mitmachen für die bücher und es wird einmal diesen samstag um so gegen 23 uhr eine verlosung auf twitch geben wo ihr auch diese bücher gewinnen könnt das war es auch schon wieder von meiner seite für die woche streams sind geplant freitag samstag unter der woche spontan am abend sage ich schon mal wieder vielen dank fürs zuschauen für einen daumen nach oben am besten fall oder vielleicht noch besser wenn ihr das video weiterempfehlt und vielleicht ein abo da lässt wünsche ich euch einen schönen wochenstart und eine schöne vorbereitung für patch 9.1